Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Ja, dieses Foto geht momentan um die Welt. Da ist in Mexiko was vom Himmel gefallen. Und zwar wirklich gefallen. Da hing nichts dran, kein Ballon oder sonst irgendwas, sondern das Ding ist einfach vom Himmel gefallen. Zack und lag da. Dann, klar, Menschen haben das gesehen und haben gesagt, hey, was war denn das jetzt? Und dann sind sie da hin und haben Fotos gemacht. Es gibt allerdings nicht sehr viele Fotos dieses Objekts. Also das ist eines der besseren. Kurz darauf, nach diesem Absturz, kam das Militär und anscheinend Regierungsorganisationen, die dann das Gebiet gesperrt haben und auch verboten haben, sich diesem Objekt zu nähern. Denn unter anderem die Aussage, dieses Objekt ist radioaktiv, geht da nicht hin und so weiter und so fort. Ja, gut, okay. Wenn ich sage, das ist radioaktiv, dann geht wahrscheinlich keiner mehr hin. Das ist natürlich auch so eine Aussage, bleibt weg von dem Ding. Was interessant ist an diesem Objekt, und das sehen wir auch hier, es gibt eine Antenne. Das heißt also, hier ist irgendein Kommunikationsgerät verbaut in diesem Teil. Und was wir hier auch sehen, das sieht man ganz schwach, diese dunklen Streifen hier, das ist ein Code. Da befindet sich ein Code auf diesem Gerät, eine Beschriftung, die aber nicht der Beschriftung entspricht, wie wir das zum Beispiel machen. Das heißt also, das ist irgendeine Codierung, die aber allerdings jetzt nicht ausschaut wie Barcode oder auch wie andere, oder wie zum Beispiel ein QR-Code oder irgendwas, sondern das ist ganz was anderes. Aber es ist ein Code, der da auf diesem Objekt drauf gedruckt ist. Interessant bei der ganzen Geschichte ist auch, dieses Objekt ähnelt von der Beschreibung her, also oder umgekehrt, dieses Objekt sieht genauso aus wie die Sphären, die teilweise beschrieben werden als UFOs oder UAPs. Das ist ja das Witzige an der Geschichte. Das heißt also, es handelt sich hierbei um irgendetwas, was man nicht anschauen darf. Man soll es auf keinen Fall öffnen, das war auch die Aussage. Und die Menschen, die jetzt da bei diesem Objekt waren, ein paar sind ja tatsächlich näher hingegangen, weil sie wissen wollten, was das ist und daher kommen auch die Informationen bezüglich des Codes, der nicht entzifferbar ist und der Antenne. Und was auch interessant ist, also die Menschen sind da hin und haben das Ding angefasst. Ja, was man halt so macht, wenn man etwas sieht, wo man denkt, hui, guck mal. Und dann haben sie festgestellt, dass dieses Objekt eine seltsame Oberfläche hat. Also normalerweise hast du entweder Kunststoff oder Metall als Oberfläche. Bei diesem Objekt ist es so, das scheint eine Legierung zu sein aus verschiedensten Stoffen. Also nicht nur Metall, also aus Metall, Kunststoff und es hat auch so eine gläserne Oberfläche. Also beschrieben wurde es von den Menschen, die da hingegangen sind, als seltsame Oberfläche, die man, also die, die noch nicht gesehen haben. Also auch noch nicht jetzt in irgendeinem Gerät oder sonst irgendwas. Ja, das ist schon mal eine Hausnummer. Weil genau diese Objekte, die wir jetzt hier sehen, oder das Objekt, was wir jetzt hier sehen, passt halt wie Faust das Auge auf die Beschreibungen, die teilweise auch vom Militär gemacht werden, wenn es um UAPs geht. Interessanterweise auch genau auf die Objekte, die unter anderem unter Wasser gesichtet wurden. Es gibt zum Beispiel einen Bericht aus den USA, da wurde so ein Objekt direkt neben einem Schiff unter Wasser gesehen. Das heißt, es war relativ nah dran am Schiff und derjenige, der da runter geguckt hat, der hat genau das beschrieben. Es gibt nur einen entscheidenden Unterschied. Hier handelt es sich um eine Sphäre. Das, was er gesehen hat, war in die Länge gezogen. Ein Tic-Tac. Also so Tic-Tac-förmig. Also das ist schon interessant. Und vor allem jetzt, was da passiert, ist dann im Nachgang. Und die sehr, sehr vielen verschiedenen Informationen. Also, erste Erklärung war, dass es sich hierbei um ein meteorologisches Untersuchungsgerät handelt. Also Wetterballon, da hängt das Ding unten dran und dann wird das in eine bestimmte Höhe gebracht und dann werden dann atmosphärische Untersuchungen durchgeführt. Was mir allerdings fehlt an diesem Gerät, ist die Instrumente. Es hat eine Antenne, das ist ja schon mal ganz nett, um irgendwie zu kommunizieren mit irgendetwas. Aber es fehlt halt hier in diesem Gesamtaufbau. Also der ist jetzt unten dran, kann ich jetzt nicht sagen, weil man ja hier durch den Bewuchs nicht sieht, wie es unten ausschaut. Aber okay, also normalerweise hast du an einem Wetterballon verschiedene Instrumente. Also das hängt auch unten dran, das schaut aber ganz anders aus. Kann anders ausschauen. Natürlich gibt es verschiedene Versionen dieser Untersuchungsmethodik, aber man würde jetzt erwarten, okay, dass da irgendetwas noch mit dran ist. Also an so einem Gerät. Aber gut, okay, ich bin jetzt auch kein Experte für atmosphärische Untersuchungen. Es kann auch sein, dass es sich hierbei tatsächlich nur um ein atmosphärisches Gerät handelt, welches die Atmosphäre untersucht. Aber das ganze Heckmeck, ja, zum Beispiel gibt es eine Information, das ist auch sehr witzig, da wird dann drüber gesprochen in einem Artikel, dass man auf keinen Fall dieses Objekt öffnen soll, weil es sich nach einer bestimmten Zeit selber öffnet. Das heißt also, diese Dinger haben einen Verschlussmechanismus und nach einer bestimmten Zeit öffnen die sich automatisch. Da habe ich jetzt, ja, also okay, also ich sage mal so, mache ich atmosphärische Untersuchungen in einer bestimmten Höhe und sammle zum Beispiel verschiedene Gase ein in der Atmosphäre. Da ist es natürlich gut, wenn man da nicht hinrennt und das aufmacht. Allerdings frage ich mich dann, warum geht es dann irgendwann automatisch auf? Also, welchen Sinn soll das haben, dass es sich dann automatisch öffnet? Wenn dann müsste ich ja eigentlich irgendein Gerät haben, wo ich dann aufs Knöpfchen drücke und dann ist es freigeschaltet und dann kann ich es öffnen. Also da gibt es widersprüchliche Informationen jetzt zu diesem Objekt. Und das fördert natürlich dementsprechend auch, ja, das Internet logischerweise. Ui, was ist denn das? Also, durch die differenzierte Berichterstattung, also Differenz innerhalb der Kommunikation und auch des Inhaltes, ist es momentan nicht möglich, ganz klar zu sagen, was das ist. Wie gesagt, es gibt Beschreibungen und es gibt Fotos. Und ich glaube, so nah haben wir Ufo noch nie gesehen. Oder ein UAP. Das heißt also, das hier ist ganz nah dran. Und ja, nochmal, das Ding ist einfach vom Himmel gefallen. Das ist also Batsch, bumm, und dann lag es da. Interessanterweise, wenn ein Objekt jetzt zum Beispiel aus relativ großer Höhe einfach auf den Boden knallt, unsere Geräte sind dann Matsch. Logisch. Also das fällt dann runter und es ist ja auch nicht so stabil gebaut, unser Zeug. Also wenn das runterfällt, überlegt man ein Flugzeug oder irgendwas, was einfach nach unten fällt, da siehst du, da bleibt nicht mehr viel übrig. Das ist also nur Matsch eigentlich. Und das Ding scheint in seiner Gesamtstruktur intakt zu sein. Also wenn ich so eine Sphäre habe, die atmosphärische Untersuchungen macht, dann ist die ja nicht dafür gebaut, auf der Erdoberfläche mit 250 kmh aufzuschlagen. Eigentlich nicht, würde ich mal behaupten. Also ist es interessant, dass dieses Objekt trotz alledem, dass es einfach frei vom Himmel gefallen ist, kommt natürlich auch jetzt darauf an, aus welcher Höhe, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Es kann ja zum Beispiel auch sein, das habe ich jetzt ja noch nicht gefunden, dass der Ballon, der da oben dran hängt, automatisch abgesprengt wird. Das heißt also, dass es da Halterungen gibt, die gesprengt werden, und dann fliegt der Ballon noch zwei, drei Kilometer weiter und das Ding fällt dann aus relativ geringer Höhe, 40, 50 Meter auf den Boden. Aber selbst das wäre für eine sphärische Struktur, wenn sie nicht wirklich extrem stabil ist, schon sehr herausfordernd, dass es dann keine oberflächlichen oder sichtbaren Probleme gibt. Interessant ist auch, dass die Antenne nach oben schaut. Also entweder hat das Ding mehrere Antennen und manche davon sind abgebrochen beim Crash. Oder das Ding ist wirklich so gelandet. Also dass das einfach so gelandet ist und mit der Antenne nach oben und jetzt vielleicht auch Bescheid sagt, Fehlfunktion, ich liege da irgendwo. Kann auch sein. Ich kann es euch nicht genau sagen. Interessant, natürlich sowieso, jetzt im Zug der UAP-Geschichte, dann der Geheimhaltung, dann der Anweisung an die Menschen, da nicht hinzugehen, nichts zu machen und sonst irgendwas zu tun. Das alles ist schon wieder so ein bisschen mysteriös. Weil ja, natürlich, wenn ich jetzt da irgendwelche Untersuchungen in der Atmosphäre mache und da Gerätschaften habe, die vielleicht auch teuer sind, dann will ich nicht, dass da einer mit dem Trennschleifer hingeht. Und das Ding dann aufschleift und sagt, guck mal, ich habe UFO gefunden. Also man kann das so und so interpretieren und dementsprechend auch die Informationen dann für sich selber in die eine oder andere Weise interpretieren. Wie gesagt, interessant ist, das Ding hat keine äußere Beschriftung. Es gibt keine Buchstaben, keine Zahlen, kein gar nichts. Es gibt nur einen Code, der an der Seite aufgebracht ist, der aber keine Buchstaben enthält, die man jetzt kennt, sondern es ist eine Beschriftung, eine Kodierung, die dort an der Oberfläche angebracht ist, um es zu identifizieren. Die Frage ist, wer soll es dann identifizieren? Das andere Thema ist, okay, das Ganze wurde abgeholt vom Militär oder von wem auch immer und es wurde verboten, dass man da hingeht und so weiter und so fort. Also wir sehen, was rauskommt. Es gibt mit Sicherheit wieder eine normale Erklärung. Ich hoffe. Weil wenn die Dinger einfach vom Himmel fallen, also wenn das außerirdische Technologie ist und die fällt einfach vom Himmel, weil sie defekt oder kaputt ist, dann könnte es auch tatsächlich sein, dass Roswell damals kein Blödsinn war, sondern dass da auch eine Fehlfunktion dazu geführt hat, dass sich das Ding abgeschaltet hat. Ich meine, man muss ja das auch so sehen, wenn eine Drohne, also unsere Drohnen, die rumfliegen, zum Beispiel jetzt den Kontakt mit der Station verlieren, dann haben die einen GPS-Peilsender und können dann navigieren, selbstständig navigieren, auch wenn der Kontakt zum Drohnenführer verloren geht und fliegen dann wieder zurück an einen bestimmten Punkt, den man vorher definiert oder eben zur Steuerung. Und es gibt natürlich auch sehr viele Maschinen, die wir haben, die haben eine Not aus. Das heißt also, wenn irgendeine Fehlfunktion auftritt, dann schalten sich die Geräte selbstständig ab. Beste Beispiel ist euer Computer zu Hause. Wenn der zu heiß wird, schaltet er sich ab. Und ein Temperatursensor sagt dann, okay, aus, Ende, weil wenn ich jetzt noch weitermache, dann explodiere ich hier. Und das könnte natürlich bei außerirdischer Technologie genauso sein. Also, dass die einfach dann sich deaktivieren, wenn bestimmte Probleme auftreten. Normalerweise würde man jetzt erwarten, wenn es außerirdische Technologie ist, müsste es ja auch so etwas wie einen Selbstzerstörungsmechanismus haben. Und vielleicht ist das dann ja auch, dass sich das Ding automatisch nach einer bestimmten Zeit öffnet, dass dann bestimmte Abläufe dazu führen, dass zum Beispiel die Technik darin nicht mehr funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr lustige und witzige Geschichte. Und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit anderen dieser Themen. Und vielleicht, ich packe euch auf jeden Fall mal die Links unten rein. Da könnt ihr euch selber ein bisschen ein Bild machen. Das ist ein bisschen chaotisch momentan, aber ja, es ist verständlich, weil es einfach sehr viele Spekulationen gibt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.